WUHUHU Ja Mit dabei, ich habe mich vorhin schon kaputt gelacht Ein Team heißt was, ich habe keine Jacke Das ist nicht mega gut Ja, deswegen brauchen sie auch mindestens 300 Euro Preisgeld Ja Damit sie sich eine Jacke leisten können Wenn es so weit kommen sollte Ich brauche keine Jacke Achso, okay Wir haben zwei Mannschaften, die eine heißt Renneralarm Und die andere heißt Irgendwas mit Opas, wo ist es denn? Falls ihr eine Jacke braucht Die Opas und Rentner Alarm Opas und Rentner Alarm Ja, sympathisch Definitiv Also Rentner ist man ja in Fortnite tatsächlich Sobald man sein 16. Lebensjahr erreicht hat Das wäre aber tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen Weiß das Editing und Bauen Hat aber keine Metz mehr Muss jetzt hier irgendwas machen Und weiß ganz genau Da vorne ist der NoSkinDate Unbedingt handen will Oh, und er fällt Und er fällt, ja Das war's Oh, Play des Turniers Zu 100% ist das hier Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Hör auf! Das wird das Play des Turniers Bitte, bitte Hol dir den da oben Wenn er das macht Ich hab ihn gerade noch belächelt Wenn er das jetzt hier schafft Dann ist er der absolute Hero Hör mir auf Hör mir auf Hör mir auf Wieso baut er nicht? Er noch vermetz Hör auf Wenn er das schafft Oh mein Gott Oh, Lennox Oh, Lennox Buzzer Buzzer, 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 Buzzer Ab ins Finale mit dir Holy Shit Buzzer Oh Oh Mein Fehler Oh war das schlecht Huch Digga Ich hab auch einen Nice Oh fuck Das ist seine Wand Er finisht direkt Ich hab ihn nicht einmal gehittet Dein Mate ist aber down Er ist im Metall Ist einfach besser als wir beide Ich hab die falsche Tasse gedrückt Schon wieder Ach da oben alter Oh man Das ist nicht dein Ernst Nein Ich bin tot Wir haben high Viel zu viel Okay Ja Ja Xbox One Es wie mein Penis Small oder big size Das ist doch kein Scheiß Was laber ich Ich bin durch Ich bin einfach durch Was laber ich Berlin Seid ihr gut drauf Ja einer schon im Slipstream Keine glaube ich Ne ich hab noch einen gesehen Der kann auch gar nicht da gewesen sein Da ist er Slipstream jetzt Jetzt lasern White 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 Doppel white Dreifach down Jawoll let's go Wo wollt ihr hin alter Lasst direkt hin Ja Links von uns Im Geysir jemand Oder du holst dir halt Natürlich ne Ich kann's noch nicht mal aussprechen Audemars Achso Audemar Piqué Also Nein Ey Ey Das habt ihr nicht gehört Okay Der gute alte Standarddeutsche Ja Der Teins 2 Netto In seinem Monat verdient Der würde das jetzt Automars Pigouette nennen Ne Ist wahrscheinlich französisch Ich glaube Ich glaube In Solos ist das ganze Gar nicht Okay Third party Ist damit Vollkommen Okay Let's go Ja ich bin low Der andere Piqué ist bei mir Deine ist low Ich habe keine Mets 0,0 Ich habe keine Mets 0,0 Ich versuche einzubauen Ich gehe einfach rein Aber ich wäre eh tot gewesen Das heißt aber trotzdem nicht dass du in jedem Stream bei ihm so diesen geiern musst Ich weiß nicht ob ich noch fliegen kann Kannst du noch Ne Ich kann das gar nicht mehr Ne Ich kann das bestimmen Ich kann das bestimmt mal Das war's für heute. Hier, den einmal bitte bannen, Mods. Diesen Niko. Den hier. Das bockt so hart. Guck mal, die laufen mit Busch rum. Der hat alles bei mir hier. Ich halte über uns, ich halte über uns. Okay, ich halte Seite, ich halte Seite. Lass rauf! Go! Nehmen wir, nehmen wir! Oh mein Gott! Fast geschickt! So, Kuna. Kuna und Isa. Das ist ein Dänz-Wave-Road. Dort! Der die... Was? Was denn? Digga, ich will die Wand snipen. Das Bett geht kaputt durch diese Lücke. Nein, du hast... Kannst du es damit nehmen? Ja. Oh, der ist oben. Okay, ich hab ne Combat. Digga, halt's Maul. Halt einfach dein Maul. Never. Das ist grad nicht passiert. Vor allem allgemein, dass er durch die Ritze geht. Vor allem allgemein, dass er durch die Ritze geht. Hier war's. Mach! Die Ritze Head. Excusez? Mach!